Die Zahlen 7, 77 und 777 werden sowohl von den Geheimgesellschaften wie auch von der Allgemeinheit als glückbringend angesehen. Die dreifache 7 wird bei Glücksspielautomaten wegen ihrer mystischen Eigenschaft verwendet. Die amerikanische Supermarktkette 7-11 verschlüsselt 7 mal 11 ist gleich 77. Der G7-Gipfel, wobei G gleich siebter Buchstabe des Alphabets, ist numerologisch 77. Die Bekleidungskette K und G ebenfalls. KG gleich 11 mal 7 gleich 77. Die Marke American Eagle stammt aus dem Jahre 1977 und hat die 77 auf vielen ihrer zum Verkauf stehender Kleidung. Die angebliche Raumfahrtrakete Apollo 11 wurde im siebten Monat des Jahres gegründet, was 77 ergibt. Xbox hat World Soccer 7 und Winning Eleven, Pro Euro Soccer, als Spiel. Das US-Verteidigungsministerium Pentagon steht am 77. Längengrad und wurde angeblich bei 9-11 von Flug Nummer 77 getroffen. Flug 175, also 1 plus 7 plus 5 gleich 13, traf angeblich den Südturm der Zwillingstürme in Höhe des 77. Stockwerks. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 23 und 24 ist zu lesen, Und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla, Ihr Weiber Lamechs, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 mal. Hier haben wir den biblischen Ursprung dieser heiligen Zahl. Der biblische Lamech war ein Nachkomme von Kain, Vater von Tubal-Kain, Vorfahr von Hiram-Abif, der erste Mörder, und von den Freimaurern als Held betrachtet. Lamech sagte zu seinen Freunden Ada und Zilla, Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 mal. Und dies deutet sieben, elf und siemundsiebzig an, da Lamechs Rache von siemundsiebzig elfmal jene von Kains Rache von sieben ist. Der Highway 77 in den USA ist die Städte von vielen interessanten Ereignissen, welche auch auf das Thema der Rache von Lamech hinweisen. John F. Kennedy wurde nahe des Highway 77 erschossen. Die freimaurerische Großloge von Oklahoma in Guthrie liegt am Highway 77. Der angebliche Attentäter von Oklahoma City, Timothy McVeigh, hat angeblich einen LKW am Highway 77 gemietet und wurde angeblich am Highway 77 in Untersuchungshaft gesteckt. Die Schwindel- bzw. False-Flag-Attentate von Waco, Texas und Oklahoma City waren am Highway 77. Nicht nur das, sie passierten auch am selben Tag. Waco am 19.04.1993 und Oklahoma City 1995. Dann war am 19.04.2004 der angeblich versuchte Anschlag auf den Sears Tower in Chicago. Genau 444 Tage nach dem Sears Tower waren die geschwindelten Anschläge in London am 07.07.2005. 2 plus 5 gleich 7, was 777 ergibt. 777 plus 444 gleich 11.11. Eine sehr bekannte mystische Zahl, welche wie 77 mit der Rache von Lamech verknüpft ist. Am 11.07.06 töteten angeblich bei einem Anschlag in einem Zug in Bombay, Indien, Terroristen 209 Menschen. 2 plus 9 gleich 11. Dabei angeblich 7 Bomben verwendend, welche genau 11 Minuten hintereinander gezündet wurden. Am 11.07.2007 veröffentlichte die CIA eine geheimdienstliche Einschätzung, die einen weiteren angeblichen Terroranschlag von Al-Qaida auf die USA vorhersagt. Jake Kotze schrieb in Die schöne neue Weltordnung, Alistair Crowley glaubte, dass Pan der Zauberer von Oz sei und ordnete ihm die Zahl 77 zu. Das Z in dem Kreis spricht man Oz und der Buchstabe Z selbst besteht aus zwei Siebenen, eine richtig und die andere verkehrt herum. Also klingt bei Oz die 77 mit, da das Z aus zwei Siebenen besteht. Es gibt Die Zauberer von Oz und Oz eine fantastische Welt Filme, die Oz Zeitschrift, Oprah Winfrey's Dr. Oz Show und die Oz Show von HBO. Die Abkürzung für Unze ist OZ, obwohl im Englischen kein Z in dem Wort vorkommt. Somit begleiten Supermarktregale und Produkte in den USA OZ, also 77. Das Unternehmen Zellers verwendet das Z innerhalb eines O's in ihrem Logo und spricht damit deutlich die 77 aus. On ist der ägyptische Sonnengott und das Wort für Licht. Dr. No war der erste James-Bond-Film, die Hauptrolle spielt der Freimaurer 33. Grades Scene Connery, der ebenso in Sardos mitspielt. Boeing baut ein 707-Modell und führt immer noch die 7er-Linie fort. Wenn du schläfst, dann lautet eine englischsprachige Redewendung, dass du ein paar Zs nimmst, für das Schlafgeräusch. Somit nimmst du ein paar 77er. Interessanterweise klingt bei dem Wort Zoo, einem Ort, bei dem Tiere eingesperrt und beobachtet werden, die 77 an. Auch verschlüsselt das Wort Zodiac, Englisch für Tierkreis, nicht nur Oz, 77, sondern ein weit tieferes numerologisches Geheimnis. Wenn man die Buchstaben von Zodiac zu Cardoids verstellt, wird ein numerologischer Zufall offenbar. c gleich 3, a gleich 1, d gleich 4, o gleich 15, i gleich 9, z gleich 26, macht 3,14115926. Die ersten 8 Ziffern der Kreiszahl Pi sind in Kodiak verschlüsselt. Eine weitere, mehr okkulte Auslegung der 77 ist 7 mal 7 gleich 49. Viele Buddhisten glauben, dass die Seele 49 Tage zwischen Tod und Wiedergeburt beim Reinkarnationsvorgang verweilt, so wie es im tibetanischen Buch der Toten geschrieben steht. Fremde und Familie des Toten sind angehalten, 49 Tage das Buch der Toten für den kürzlich Verstorbenen zu lesen. Traditionelle chinesische Beerdigungen dauern ebenfalls 49 Tage. Erstaunlicherweise ist es 49 Tage nach der Empfängnis, wenn ein Embryo den großen Wandel zum Fötus macht. Beim 49. Tag geschehen zwei wichtige Dinge. Die kürzlich gebildete Zirbeldrüse erzeugt einen riesigen Stoß von DMT, Dimethyltryptamin, und das Geschlecht des Babys ist beschlossen. Könnte dies der Augenblick der Wiedergeburt sein? Der Philosoph René Descartes und viele weitere sind der Überzeugung, dass die Zirbeldrüse, das Auge der Pyramide, der Sitz der Seele ist, wo die nichtmaterielle Seele mit dem materiellen Körper zusammenspielt. Die Zirbeldrüse ist das einzig asymmetrische Organ in unserem Kopf, in der geometrischen Mitte unseres Gehirns liegend. Jede Nacht erzeugt unsere Zirbeldrüse kleine Mengen an DMT, welche uns in verschiedene Traumzustände versetzen. Die einzigen anderen Zeitpunkte, an denen dieser Stoff natürlich freigesetzt wird, ist der Augenblick unseres Todes und der Wiedergeburt der tibetanischen Buddhisten 49 Tage später. Die freimaurerischen Rolling Stones sangen in ihrem Stück Highway 49 übersetzt Draußen auf dem Highway 49 wandelte ich, bis ich tot war. Erneut auf dieses Thema anspielend. Eine Zeile in dem Stück der Band Stiff Little Fingers namens Gate 49, Tor 49, lautet Ich finde diesen Eingang in meinem Geist. Wenn ich bei dir sein will, dann schreite ich einfach durch das Tor 49. Ihr einzig anderes Stück mit einer Zahl ist Johnny Seven. Und die Band Seventy Sevens singen ein Stück mit dem Titel Siebenen, der wie folgt beginnt Kann man hier ein Muster erkennen? Blank Seventy Seven besingt den Geist von 77 Andere Bandnamen lauten Linear 77, Breed 77, Collapso 77, Carter 77, Resistance 77 Nada Surf singt über den Blizzard von 77 mit dem Text über einen Trip in der Supermarktkette 7-Eleven So in etwa wie bei einem DMT-Trip vielleicht? Ozzy Osbourne brachte das Album Blizzard of Oz heraus und veränderte das S in Osbourne zu einem Z wie Osbourne. Daher können wir feststellen, dass Oz auch auf das Thema Oz 77 anspielt. Dies wird in der TV-Serie Lost bestätigt, in der es eine Folge namens Enter 77 gibt und eine Oz-Andeutung in der Folge Der Mann hinter dem Vorhang. Über einen Mann, welcher behauptet, auf der Insel mittels eines Heißluftballons gelandet zu sein, genau wie der Zauberer von Oz. Es gab 48 Überlebende des Unglücks und Claires Baby oder die Französin, was 49 ergibt. Wir sehen auch in der Folge Zahlen, dass der Countdown gerade die 49 erreicht. Als die Serie startete, sah man den Schriftzug Lost auf den Zuschauer zukommen und dabei lösten sich das L und T ab, sodass nur das OS übrig blieb. Die Serie steckt voller Numerologie, Symbolik und Mythen, die eines eigenen Kapitels in diesem Buch würdig wären. Der Autor der Serie, J.J. Abrams, schrieb auch den Film Star Trek Lost Frontier. In Disneys große Haie, kleine Fische verleiht der Freimaurer Will Smith der Hauptfigur Oscar seine Stimme. Am Anfang des Films trägt Oscar eine Kappe mit einem großen O genau über seinem Chakra des dritten Auges und die meiste Zeit des Films hat er ein blaues Auge. Den ganzen Film überwirkt Oscar als ein drittes Auge für die Haie-Figur, welche Robert De Niro seine Stimme gibt, wie durch das Filmposter angedeutet. Ganz ähnlich trägt Dorothy in dem Film Oz eine fantastische Welt, ein Kopfband mit einem Z in einem O, unmittelbar über ihrem dritten Auge, was erneut dieses okkulte Geheimnis zeigt. Eigentlich wird dies nur von den Menschen im Westen verborgen. Die Hindu-Frauen, welche einen aufgemalten Punkt auf ihrer Stirn tragen, Bindi, sind sich ihrer spirituellen Bedeutung hinsichtlich des dritten Auges durchaus bewusst. Die Schauspielerin Robin Tane spielt wiederholt in Filmen der Freimaurer in Hollywood mit, um dieses Oz-Thema anzudeuten. Sie hat dreimal in ihrer Karriere Charaktere mit dem Namen Zoe dargestellt, was natürlich Oz rückwärts bedeutet. In dem Film Cherish spielt Tane den Charakter Zoe und auf dem Filmposter gehen Kreise Os von ihrem Unterschenkel aus. Beim Poster zum Film Zodiac kann man sehen, wie eine Linie durch das O geht und direkt auf Robin Tannys Namen zuläuft. Man kann die Schauspielerin ebenfalls in der HBO-Serie Prison Break sehen, bei welcher auch das Oz-Thema mitklingt. Osmium ist das 76. Element. Wenn man die Gemeinsamkeiten auf die Spitze treiben möchte, dann ist das interessant, dass der angebliche Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald angeblich durch den CIA-Agenten Jack Ruby umgebracht wurde, wie die rubinfarbenen Zauberschuhe, englisch Ruby Slippers, die in dem Film Zauberer von Oz von der Darstellerin Judy Garland getragen wurden. Der Vorgänger der CIA hieß OSS und Marilyn Manson singt das Stück King Kill 33 über Lee Harvey Oswald. Wie tief geht das Kaninchenloch? Die Grundsteinlegung des Pentagon war am 11.09.1941, genau 60 Jahre, bevor Flug 77 angeblich in jenes gekracht ist. Das Pentagon wurde von dem Priester des Templerordens Jack Parsons gestaltet, der ein Freund des Leiters des Templerordens Alistair Crowley war. Crowley sprach dem Ziegengott Pan die Zahl 77 zu. Somit ist Pan, der Bock, der alles Schaffende, alles Vernichtende, 77. US-Präsident George W. Bush war angeblich rein zufällig während des Staatsstreiches von 9-11 in einer Grundschule, wo in dem Augenblick, in dem angeblich Flug 77 in das Pentagon am 77. Längengrad und ein Flugzeug angeblich in den 77. Stock des Südturms krachte, ein Buch mit dem Titel »Meine Ziege« vorgelesen wurde. Still betrachtete all dies die Freiheitsstatue auf einem elfzackigen Sternsockel, eine siebenzackige Krone tragend, 7 mal 11 gleich 77. Im alten römischen Kalender war der September der siebte Monat, Oktober der achte Monat und so weiter. Der 11. September weist also auch auf 7 mal 11 gleich 77 hin. Und wäre dies nicht unheimlich genug, passierte angeblich ein weiterer numerologischer Zufall bei der angeblichen Katastrophe des TWA-Fluges 800. Dazu ein Zitat von Robert Howard aus »Die Zerstörung des WTC. Okkulte Symbolik deutet auf Feinde innerhalb unserer eigenen Regierung«. Am 17.07.1996 hob TWA-800 angeblich vom JFK-Flughafen ab und explodierte angeblich einige Minuten später über dem Atlantischen Ozean nahe Long Island. Swiss Air 111 hob angeblich auch vom JFK am 2.09.1998 ab und ging angeblich an der Küste Kanadas in Flammen auf. Die Anzahl der Wochen zwischen diesen angeblichen Ereignissen beträgt genau 111, so wie die Flugnummer von Swiss Air. Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis auf die verdeckten Freimaurer. TWA-800 und Swiss Air 111, die Zeit zwischen den angeblichen Unglücken beträgt 111 Wochen oder 777 Tage. Die Zahl 777 beinhaltet das Mal der Rache von Kain, die 7, und das Mal der Rache von Lamech, die 77. Zitat Ende. Sowohl Luftüberwachung wie hunderte Augenzeugen entlang der Küste von Long Island, welche das FBI nie befragte, sahen angeblich klar, wie TWA-800 von einer von einem kleinen Boot abgefeuerten Rakete getroffen wurde, welches anschließend davon fuhr. Allen F. Alford schrieb in »Götter des neuen Jahrtausends, die vernichtende Wahrheit über die Herkunft der Menschheit«. Das göttliche Vermächtnis der Sieben wird ebenfalls in der nicht erklärten Herkunft der Sieben-Tage-Woche vorgefunden. Viele von uns nehmen die Sieben-Tage-Woche als selbstverständlich hin, als wäre sie ein natürlicher Kreislauf. Tatsächlich ist sie jedoch ganz und gar kein feststehender Kreislauf und Wissenschaftler haben sich lange schwer getan, zu erklären, wo dieser angebliche Brauch herstammt. Theologen würden behaupten, dass die Antwort in den biblischen sieben Tagen der Schöpfung liegt. Jedoch sind der Ursprung der biblischen Tage fast sicher die sieben Tafeln, auf welche der babylonische Schöpfungsmythos in Numa-Elisch geschrieben wurde. Dies wird durch den Unterschied zwischen den ersten sechs babylonischen Tafeln, Marduchs Schöpfungsakt beschreibend, und der siebten Tafel, welche der allgemeinen Verehrung des Gottes gewidmet ist und daher dem siebten Tag der Bibel entspricht, an dem Gott sich vom Schöpfungsakt ausruhte, deutlich. Aber was ist letztendlich die Herkunft der heiligen Zahl? Warum schrieben die Babylonier ihre Schöpfungsgeschichte auf sieben Tafeln? Obwohl die sieben Sterne der Plejaden letztlich bedeutsam sein dürften, legte der Autor Zechariah Sitchin eine sehr interessante abweichende Theorie vor, welche auf der wortgenauen Übernahme der altertümlichen Schriften fußt. Da er bereits die Gesellschaft von zwölf Göttern mit zwölf Planeten erkannt hat, war er von den ständigen Bezügen auf den Gott Enlil fasziniert, als Hauptgott der Erde bekannt, aber ebenso recht kryptisch als der Herr der Sieben. So kam Sitchin auf die Vorstellung, dass die Erde irgendwie der siebte Planet sei, und ihm wurde schnell klar, dass die Erde tatsächlich von den Göttern als der siebte Planet vorgefunden wurde, als sie von Nibiru in das Herz des angeblichen Sonnensystems wanderten. Zitat Ende. In der sumerischen Erzählung war die Erde der siebte Planet, da ihre Vorläufe angeblich aus einem anderen System kamen und Pluto als ihr erster Planet galt, anstatt Merkur. Es gibt sieben Tage in der Woche, sieben Tage des judeochristlichen Schöpfungsmythos und sieben Tafeln der Enuma Elisch, welche die babylonische Schöpfung beschreiben. Es gibt Seven Up Limonade, Seagrams Seven Whisky, die sieben Sphären, den siebten Himmel, sieben Hathore, sieben Chakren, die sieben Siegel und sieben Töchter von Atlas, welche die goldenen Äpfel der Unsterblichkeit bewachen. Brad Pitt, also Brad gleich 2 plus 18 plus 1 plus 4 gleich 25 und 2 plus 5 gleich 7 und Pitt gleich 16 plus 9 plus 2 plus 0 gleich 29, 2 plus 9 gleich 11, also Brad Pitt gleich 7 und 11. Tritt in den Filmen Seven, Sieben Jahre in Tibet und Oceans 11 auf, beachte, er tritt ebenfalls in Unter 0, 12 Monkeys, Oceans 12 und 13 auf, was insgesamt sieben numerologisch bedeutende Filme bis jetzt macht. Nochmal David Icke. Die Zahlen 7 und 40 sind auch in der Bibel und bei Geheimgesellschaften Code-Zahlen. So haben wir in der Bibel sieben Geister Gottes, sieben Kirchen kleinen Asiens, sieben goldenen Leuchter, sieben Sterne, sieben Lampen, sieben Siegel, sieben Trompeten, sieben Engel, sieben Donner und der Rote Drache in der Offenbarung mit sieben Häuptern und sieben Kronen. Die Erzählung von Jericho handelt von Joshua, der seine Armee sieben Tage um Jericho herumführt, begleitet von sieben Priestern, die sieben Trompeten mit sich führen. Am siebten Tag hatten sie Jericho siebenmal umrundet und die Mauern der Stadt stürzten ein. Bei der Erzählung von Noah gehen sieben Paare eines jeden Landtiers auf die Arche und sieben Paare eines jeden Vogels. Es gibt sieben Tage zwischen der Vorhersage der Flut und des Regens und sieben Tage zwischen des Ausfliegens der Tauben. Die Arche landet am 17. Tag des siebten Monats, Noah verlässt die Arche am 27. Tag und nach der Flut fängt sein siebtes Jahrhundert an.